falls ihr da jetzt vorbeischießt am kommcenter vorbei guck mal da hinten ist noch irgendwas ist das ne ZU? oder der Panzer nicht so? ne rechts von links und hinterm Brack liegt auch noch wer glaub ich guck mal kommt da ne ZU Scruffy? oder ist das nur ne LKW? ah es ist grad wieder verdeckt die Springer sind hier auf der Hauptstraße Nord-Ost ja ich glaub ich sag die Frage beantwortet was ist denn hier? das Haus eingegossen jetzt einmal quer durchs Haus geschossen und damit war es das